Wir sind das Repair Café. Unser Anliegen ist es, defekte Gegenstände wieder zu reparieren und instand zu setzen. Das können Elektro-Kleingeräte sein, das können Textilien sein oder Holz oder Fahrräder. Wir sind da eigentlich sehr flexibel. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass diese defekten Geräte nicht weggeschmissen werden und im Müll landen, sondern dass man sie weiterverwendet und dass sie repariert werden und dass man möglichst lange noch etwas von diesen Geräten hat. Ein weiterer Aspekt des Repair Cafés ist die soziale Komponente. Bei uns treffen sich junge und alte Menschen, Menschen verschiedener Herkunft und Menschen mit und ohne Behinderung. Und wie der Name Café schon andeutet, man kann bei uns auch einen Kaffee und ein Stück Kuchen bekommen, kann sich unterhalten und kann einfach zusammen eine gute Zeit haben. Ein weiteres Ziel ist es, den Menschen das Wissen um eine gelungene Reparatur mit auf den Weg zu geben, weil wir festgestellt haben, dass dieses Wissen zunehmend abhanden kommt in unserer Gesellschaft.